Wenn die Ersteuerbefehlung und dieses Momenten reicht der Keiler, die sich in der Aufenthalte beziehen. Warum ist es eigentlich so wahnsinnig schwer, so einen Milikopter zu steuern? Da kann man nicht kapizieren bis weit, oder? Ja, er fliegt in alle Dimensionen. Das ist vollsteuerbar. Er kann nach hinten schwenken, links schwenken, vor, zurück, hoch, runter, los, selber drehen. Das alles in der Kombination dauert jetzt nicht. Wie viele Milikopter hast du denn? Oh, A. Okay, und jetzt, schauen wir mal an die Erste an. Die Milikopter. Die Milikopter. Die Milikopter. Und es hat die Mühe an. Absolut. Also, war da halt nicht schlimm, ja? Nein. Die Konten geschenkt haben.